Herzlich Willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Heute spielen wir Assassin's Creed 4 Black Flag. Wie kommt man da rauf? Da drüben oder was? Hier kommst du gar nirgends hin. Wie komm ich jetzt da rauf? Scheiße, wie kommt man da rauf? Hier oder was? Nein. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt springe, bin ich da unten. Probieren wir es. Nein, geht. Schwein gehabt. Hier geht es aber auch nicht weiter. Hier? Nein, hänge wieder hier. Scheiße, hier geht es nicht weiter. Muss man mal anders gehen. Ich schätze mal, hier wird es sein. So, häng dich mal da hin. Hier? Hier geht es weiter. Dann da rüber und jetzt vermutlich nach unten. Hier. Und weiter geht es. Coole Insel, coole Insel. Schön nach oben da. Schön nach oben. Das sieht doch mal interessant aus. Ich glaube, das ist zum synchronisieren oder was soll es sein? Ne, ich glaube, das ist zum schnellen Abgang. Schauen wir mal, gibt es hier Vogelei oder was? Todessprung. Ne, das muss ich nochmal drauf. Ah, da. Wir müssen hier weiter. Checken wir mal die Lage. Was krabbelt denn hier? Ne, guane. Ne, dann schnappe ich mir. Ui, der hat Grunst. Einmal Knochen, einmal Iguanleder. Wo ist denn der zweite Penner? Su, su, su. Äh, ja. Mal ein bisschen vorsichtig. Oh, das sind Feinde. Yeah, wir haben was zum... Ey, der kommt zu uns, glaube ich, ne? Komm her. Put, put, put. Put, put, put. Ah, der kommt direkt zu uns. Hallo? Und plündern. Der hat doch sicher was Nettes hier. Attentat. Warte mal. Was ist unsere Nebenaufgabe? Ich darf keinen töten oder ich soll nicht nur dabei erwischt werden? Schauen wir mal schnell. Nicht in Kämpfe verwickeln lassen. Das heißt, ich kann ihn umlegen. Und tschüss. So. Keine Überlebenden bei mir. Das sind Feinde. Wow, hier wird geschossen. Wer schießt hier rum? Ich stehe aber auch wirklich günstig gerade, ne? Ähm, wie machen wir das jetzt? Kann man sich da irgendwo verstecken? Da rüber müssen wir, glaube ich. Laufen wir schnell, 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 schnell. Bis er uns nicht sieht. Geh da rauf. Komm, geh rauf. Hopp. Hopp, hopp, hopp. Schön rauf gehen. Bisschen speediger. Dann schnappen wir uns jetzt. Ausrauben. Und verpissen. Ja, da schaust du, gell? Der kriegt auch, ey. Der ist schön geflogen, Leute. Der ist schön geflogen. So. Schauen wir mal, was der hat. Oh, 14. Na ja, geht, 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 geht. Das kann man mitnehmen, sagen wir so. So, wo müssen wir hin? Da nach unten. Hier sind irgendwie doch einige Gegner. Das sollten wir ein bisschen aufpassen. Links von uns ist auch eine inklusive Kiste. Da oben oder wo? Na, da komme ich von hier wahrscheinlich nicht hin. Okay. So. Was ist hier? Da hinten war was. Wow. Oh. Scheiße. Er hat uns gesehen. Wo kann man sich hier verstecken? Hier geht es dummerweise. Ah, der sucht uns, ne? Wo ist er denn? Muss er hier? Wo ist er? Der ist da unten irgendwo. Ah, der verpisst sich schon wieder, der feige Hund. Aber jetzt ist er vor allem unserer Nase. Okay, da ist er. Ab ihn. Ah, der kriegt jetzt eins aufs Mützchen. Und da ist noch ein Kollege von ihm. Der kriegt auch noch gleich eins aufs Mützchen. Da oben ist auch noch irgendeiner. Irgendwem sollten wir hier ein bisschen aufpassen. Da hinten ist was. Guten Morgen. So, sein Kollege hat natürlich nichts mitgekriegt. Der ist da oben irgendwo. Ne, hier ist er. Geradeaus. Da ist er. Kommen wir jetzt von hinten. Und geben ihm eins auf die Mütze. Ja, lassen wir dir mal das betäuben. Ich bin ja heute auf meinen Sozialtrip. Muss ja nicht alles umlegen. Warte, da geht's. Da oben ist einer. Der ist mir aber egal. Da ist einer. Verstecken wir uns im Busch. Na, komm zu Papa. Komm her. Und Ruhe ist. Hinter mir ist ein Fragment. Das nehmen wir aber auch nachher mit. Das ist da irgendwo. Ah, da oben. Gut. Da komme ich vielleicht sogar hin. Komm ich da hin. Komm mal darauf. Ne. Gut, das holen wir nachher. Schau mal, dass wir durch den Dschungel mal kommen. Sind sicher noch ein paar Feinde. Sind wir zu ruhig hier irgendwie. Ja, da ist schon mein Ziel. Doppler. So nicht. Ja, was denn? Wie komme ich denn da rüber? Duckt er sich mal? Ja. Schöner Regenbogen. Hübsch, hübsch. Wir müssen aber darüber. Das heißt, ein bisschen Jumpen ist drin. Ja, der war knapp. Gibt so eine Kiste. Sehr schön. Einkassiert. Och, ist doch ganz hübsch hier, ne? Da kann man damit leben. Und da drüben ist unser Ziel, sehe ich gerade. So, jetzt gehen wir da rüber. Zack, zack, zack. Und wir sind am Ziel. Und jetzt müssen wir da hin. Oh, die Insel ist aber cool, ey. Die werden wir nachher nur abgrasen, auf jeden Fall. Ist sehr weitläufig, das Ding. Wir müssen da hin. Also, als erstes da rüber. Ui, 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 ui. Umgekriegt, aber arschknapp. Es sind ja noch ein paar Feinde hier. Sind hier Feinde oder nicht? Schauen wir mal. Nö, es ist friedlich. Sehr friedlich hier, sehr friedlich hier. Ich spüre es. Jetzt kommt sicher wieder einer irgendwo hinten raus. Oh, fuck. Es ist ein Haufen. Pissen, Elton. Vier. Schauen wir mal, ob wir mal einen anlocken können. Der ist besoffen hier, der Letzte. Komm her. Komm zu Papa. Ja, komm her schon. So, aber nicht alle zwei. Einer reicht. Scheiße. Oh, fuck. Das hat wehgetan. Was? Achaba una granada. Was war denn das für die? Aua. Oh, das hat ordentlich wehgetan. Okay, neue Taktik. Ich lebe ja noch. Geil. Au. So, dann müssen wir jetzt ordentlich da die Fresse polieren. Der ist nämlich ein bisschen groß. So, haben wir den. Puh, der war fett. Hast du was dabei? Zwölf. Zwölf. Ah, mein Schlucker. Die bezahlen sie nicht so viel, ne? So, weiter geht's. Da ist noch so eine Pissenelke. Zwei Pissenelken. Eine Pissenelke. Können wir durchs Dickicht. Den überraschen wir von oben. Und im Arsch ist er. So. Schwert brauche ich nicht. Ich habe schon mein eigenes. Da sind auch nur zwei. Boah, fuck. Da oben ist einer. Also, da oben ist einer. Wo ist denn der jetzt? Da links. Da sind nicht nur einer. Da sind mehrere. So, da drüben kann ich mich verstecken. Laufen, 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 laufen. So. Also, gehen wir mal markieren. Ich sehe nix. Nächster Busch. Äh, Busch. Ja, so ganz kurz können die uns sehen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Nächster Busch. Auf den da oben müssen wir aufpassen. Der ist ziemlich ungut. Ah, den da unten schnappen wir uns jetzt mal. Ach, der will nicht kommen. Scheiße. Dafür haben wir den jetzt am Hals. Egal. Machen wir uns auf die altmodische Art. Einfach nachlaufen, umlegen. Das machen wir bei dem jetzt auch. Geschafft. Schauen wir mal, was die haben. So, und wieder versch- Ne. Bleiben wir mal hier. Das sieht uns der oben eh nicht. Wie ich da raufkommen solle. Hm. Auf jeden Fall sollten wir wieder in den Busch reingehen. So. Da sind wir mal sicher. Da ist noch einer. Den möchte ich gerne weg. Aber wie soll ich da raufkommen? Irgendwie rüberspringen oder so. Hier ist niemand. Das heißt, die zwei da hinten noch. Aber hier ist dummerweise... Oder ist da ein Busch? Ne. Ah, der da oben muss weg. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht... Busch da drüben vielleicht. Dann gehen wir weiter in die Richtung. Hintenrum vielleicht ist auch eine Lösung. Ist hier Wasser? Ja, offensichtlich. Wow, 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 wow. Hat der uns gesehen? Ich glaube, da sollte man rüberspringen. Dann kann man kriegen. Und wenn ich jetzt schieße, kommen die zwei... Naja, ist wurscht. Versuchen wir es einfach mal, damit rüberspringen. Dann komme ich nie rüber. So höchstens. So können wir ihn runterziehen. Dass der uns nicht sieht, das ist geil. Er sieht uns nicht, Leute. Wir hängen vor ihm rum. Aber er sieht uns nicht, ne? Ist cool. Aber passt schon, passt schon. So, 13. Jetzt hüpfen wir da rüber. Zack. Das Fragment haben wir. Dann da rüber. Da rüber. Und... Wow, wow, da ist ne Bombe. So, der eine ist weg. Weg. Das ist ne Bombe. Oh. So. Wir müssen mal ein bisschen abhauen. Schauen wir mal, hat er uns gesehen? Wo ist denn der? Sucht doch sicher da hinten. Wo ist denn der? War da noch einer da? Ich bin doch nicht dumm. Ist der jetzt da hinten, oder was? Gut. Den haben wir erwischt. Ja, die Bombe hat den erlegt. Ey, wie geil. Das war seine eigene Bombe. So ein Depp. So ein Depp. Aber okay. Tja, man wirft nicht mit Pumpen rum, Junge. So, ich brauche wieder was zum Verstecken. Uh, da sind ein Haufen Feinde. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi. Let's Play. Tschüss. Tschüss. Tja, 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 tja Vielen Dank.